Ja Freunde, wie geht es euch? Erstmal einen schönen Sonntag. Ich habe mal eine Frage an euch und hier mache ich mal mit hier. Und zwar, ich drehe das erst einmal um. Ich habe mal eine Frage an euch, wie macht ihr das eigentlich mit einem Teil sortieren? Macht ihr das nach Farben? Also ich habe jetzt hier, den habe ich dann raus, so ein bisschen nach Fenster sortiert. Wie macht ihr das eigentlich? Also, schreibt das gerne mal in die Kommentar. Ja, wie ihr seht, dahinten sind die Posten. Würde mich sehr interessieren, wie ihr das macht mit den Teil sortieren. Also gerne mal kommentieren. Ein torsisch spontanes Video von heute. Morgen geht es weiter. Also schaut gerne rein. Habt allen einen schönen Sonntag. Bleibt gesund. Und Moin Priester, euer Patrick sagt, den ist die Sonne. Wir haben Sonne. Nächstes und bis bald.